Maybe he läuft doch nicht bannable, maybe he läuft doch nicht bannable So, was ist das? Es sind gerade immer noch 5er Ticks, wenn die Zone closed, 8er Ticks Du hast eh noch 1000 Flopper, da draußen liegen immer noch Flopper, ist gerade Top 3 Ich gehe einfach 1000 Mad Kids nacheinander Mach ich auch, Digga, immer ein 16. Mad Kids Ja Und solange du noch nicht das Geräusch für Sickness kriegst, ist doch alles gut Und du kriegst ja zuerst auch das Geräusch für Warning nochmal Hä? Wieso hast du abgebrochen? Ich habe das Geräusch bekommen Ja, das heißt, du hast noch ein bisschen Zeit Achso, Digga, ich dachte, ich habe Instant, Digga Hä, nee, 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 du hast noch 100, 100 Soundticks Zeit Also nach dem Mad Kids, schmeiß das Mad Kids weg und nimm den Mad Mist Jetzt Du hast ein bisschen Mad Mist Weil du hast noch kurz Zeit und da draußen liegen noch Flopper, da liegen Flopper Es Flopper, es Flopper, es Flopper Schade Ich glaube, du hättest noch ein bisschen weiter überleben können Aber egal Achso, Digga... Vielen Dank.